Bad Dream Games Dieses Spiel benötigt Kopfhörer, ein Mikrofon und eine Stimme. Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Aufnahme. Diesmal ist es kein Let's Play, sondern ich will euch das Spiel mal vorstellen. One Hand Clapping. Ich teste es nun mal an, das heißt so ein bis drei Folgen maximal werden es. Denn es hat ein echt cooles Konzept, finde ich. Wir steuern das Spiel mit unserer Stimme. Und dabei ist es völlig egal, ob du gut singst oder schlecht, finde ich. Der Effekt, der sich nämlich automatisch auf dein Mikro legt, lässt es sowieso schön klingen. Also würde ich sagen, ich zeig's einfach mal. Stadt der Stille Sei ganz ruhig Und sei komplett still Singe jetzt Und da sind wir auch schon noch gefangen in dieser dunklen, düsteren Stadt, Wo alles ruhig sein muss und wir fühlen uns hier gar nicht wohl, Weil wir Musik viel zu gern mögen. Und wir müssen hier ausbrechen. Wir können natürlich auch reden. Wer nicht singen mag, der kann einfach die ganze Zeit plappern. Aber wir versuchen es mal mit singen, um den Weg zu erleichtern. Okay, da muss ich jetzt wahrscheinlich ein bisschen lauter werden, weil ich vorhin nicht still war, Als unser Mikro konfiguriert wurde. Hier ist mir viel zu dunkel. Was, was ist das? Ein Schatten. Das sind die, die die Musik nicht mögen. Wir müssen unbedingt hier weg. Ich hab Angst. Toll, jetzt singe ich irgendwie immer wieder das Gleiche. Mir muss doch mal was anderes einfallen. Okay. Diese Schatten. Wie kann man keine Musik mögen? Das, das gefällt mir nicht. Also auch wenn es Katzenmusik ist, ja? Katzen brauchen, Katzen brauchen, Katzen brauchen furchtbar viel Musik. Katzen brauchen, Katzen brauchen, Katzen brauchen furchtbar viel Musik. Also wo war ich eben gerade? Oh, hier ist ein bisschen heller. Das gefällt mir natürlich. Eine Uhr. Ich mach's mir mal eben gemütlich. One-Hand-Clapping. Nochmal für die, die es nicht verstanden haben. Und hier sind schon wieder diese ganzen Schatten. Aber, aber hier passiert nichts, oder? Kann ich singen? Passiert hier was? Nein, ich glaube, ich muss einfach weitergehen. Weitergehen und singen. Immer singen, singen, singen. Einfach singen, singen. Singen. Okay. Ihr seht? Äh, ja. Okay, ich sollte vielleicht ein bisschen näher ans Mikro. Wir müssen diesen Block hier bewegen. Und wir müssen hier irgendwie hochkommen, denke ich. Komm mal her. Bei Fuß. Okay, geschafft. Hier scheint es schattenfrei zu sein. Das gefällt mir schon mal. Okay, zwei Blöcke. Die haben sich jetzt nicht bewegt. Ich möchte nach oben. Und jetzt? Was passiert hier? Wieder runter? Ja. Okay. Ich habe es natürlich schon angespielt. Natürlich, natürlich. Ähm. Aber dann habe ich natürlich nicht alles mehr im Kopf. Ähm. Vielleicht noch weiter hoch? Nein? Aber da war ich doch schon. Was? Wie? Warte mal. Hier rüber? Ach so. Okay. Entschuldigt mich. Ähm. Ähm. Ich glaube, dich brauche ich... Dich brauche ich weiter links. Und du? Komm mal. Komm mal. Hallo. Beweg dich. Ach, du kannst dich nicht bewegen. Weil du hier festhängst. Okay. Gut. Komm mal hier rüber. Hier. Fein. Bleib. Okay. Jetzt kommst du... Nein. Du bleibst hier. 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 Hallo. Ich schwöre, es ist eigentlich auch ganz entspannend und relaxend, das Spiel. Man muss aber hier bei den Blöcken ein bisschen aufpassen, ne? Also. Hier rüber. Uh. Hey. Warte. Hä? Hey, Block, komm mal rüber, rüber. Ja. Super. Super. Nein. Nach... Nach links. Äh. Nach rechts. Re... Warte. Hä? Was wollte ich eigentlich machen? Weil... Ah. Okay, jetzt kann ich dich hier drüben gebrauchen. Warte, komm mal, komm mal, komm mal. Komm mal. Also nur mit reden klappt es nicht immer, ne? So. Und man muss wissen, wann man die Klappe hält, sonst kommt man nicht weiter. Da, 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 da... Man muss nicht die ganze Zeit die Luft anhalten. Es ist einfach nur, es geht schneller. Manchmal weiß ich nicht ganz, was ich damit gekonnt habe. Was? Moment. Es ging doch wieder nicht weiter, als bis hierher. Ah, jetzt muss ich da vielleicht da hoch. Ah, geht es noch weiter? Ah. Okay, gar nicht so einfach. Man muss schon ein bisschen knobeln. Da, 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 da. Okay. Wir sind wieder ein Stückchen nach unten. Wir sind wieder ein Stückchen weiter gekommen hier. Da, 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 da. Okay. Okay. So, jetzt brauche ich wahrscheinlich den Block. Der alleine hilft mir aber nicht. Da komme ich ja nicht rauf. Ich brauche noch den anderen Block. Prima. Okay. Super. Komme ich hier wieder runter? Nein. Was? Ich komme da. Warte mal. Das schneide ich raus. Ähm. Scheiße. Da, 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 da. Ich glaube, ich hänge, oder? Weil ich den kleinen Block von unten nicht mitgenommen habe. Oh. La, 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 la. La, la, la. Da, 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 da. La, 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 la. La, la, la. Ah, 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 ah. Ah, scheiße. Gibt's doch nicht. Ah! Und jetzt komm hier hoch und hier raus. Ah! Ich fühle mich gerade unbeobachtet, deswegen geht's bitte wieder abwärts. Und weiter nach oben. Oh! Hä? Jetzt sind hier auf einmal beide Blöcke, die ich brauche. Warum waren die denn vorhin nicht beide da? Okay, also komm mal bitte hier rüber. Nein. Du gehst weiter hierher. Und du? Du? Hallo? Komm mit mir mit. Komm mit mir zu hoch. Nein. Nein, Leute, nein! Eventuell? Ja! Warte. Kannst du dich ein bisschen? Nach drüben bewegen, wollte ich sagen, aber muss aufpassen, was man sagt. Okay. Okay. Da, 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 da. Und wir sehen schon. Es ist leider kaputt. Aber was machen wir da jetzt? Können wir da weiter? Ich hoffe es. Hier geht's nicht weiter. Hier geht's nicht weiter. Das ist kaputt. Komm nach drüben. Ach, dann brauche ich den natürlich auch, ne? Sonst komm ich hier nicht rüber. Ich hoffe das klappt. Ich weiß es nicht mehr. Ich wusste, ich hänge an der Stelle. Das letzte Mal ganz lange. Komm her. Beifuß. So klappt das nicht. Man muss schon ein bisschen anhalten, glaube ich. Okay. Gut. Das geht. Und dann. Dann. Untertitelung des ZDF, 2020